Asterix und Obelix im Reich der Mitte stammt aus dem Jahre 2023, hat eine Lauflänge von ca. 111 Minuten und eine Freigabe ab sechs Jahren. In der fünften Realverfilmung mit Asterix und Obelix oder über Asterix und Obelix, die diesmal aber nicht auf einen der Comics basiert, geht es um die Kaiserin von China, die wird entführt, aber ihre Tochter, die Prinzessin, kann mit ihrer Beschützerin fliehen. Die tauchen dann im Dorf unserer berühmt-berüchtigten Gallier auf und bitten diese um Hilfe. Die lassen sich natürlich nicht zweimal bitten und machen sich auf nach China, um die Kaiserin zu befreien. Währenddessen verfolgt unser Cäsar hier ganz eigene Pläne und versucht, seine Cleopatra wieder für sich zurückzugewinnen. Über 60 Millionen Dollar hat dieser Film gekostet. Es ist eine der teuersten französischen Produktionen aller Zeiten, konnte aber weder das Produktionsbudget wieder einspielen, noch den Erwartungen gerechter werden. Zum ersten Mal haben wir hier nicht Gerard Depardieu als Obelix, sondern Guille Lelouch, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, und Guillaume Canet, der spielt den Asterix, führte hier aber auch Regie. Der Film hat eine Freigabe ab sechs Jahren und richtet sich auch ganz eindeutig an dieses Zielpublikum. Ich sage mal so zwischen sechs und zwölf Jahre. Wir Erwachsenen können mit dem Film durchaus Spaß haben, auch wenn natürlich nicht jeder Gag zündet und man bei der einen oder anderen Szene schon mit den Augen rollen kann. Das ist natürlich klar. Aber wir müssen natürlich auch mal zurückdenken, wie das bei uns war, als wir noch Kinder waren, da waren für uns die Witze, die wir in den Filmen gesehen haben, neu. Wenn ich dann hier Kritiken lese, dass die Witze alle altbacken sind, ja gut, weil wir halt eben selbst schon so alt sind, ja. Aber denkt man mal zurück, wie das war in unserer Kinderzeit, als wir die Welt noch entdeckt haben. Draußen, ja, die reale Welt und dann natürlich auch die Filmwelt. Dann war vieles neu und wir haben über vieles gelacht, über das wir heute nur noch schmunzeln können. Wenn überhaupt, gucken wir uns mal ein paar Filme oder Serien an, die wir als Kinder gesehen haben. Da sind durchaus einige mit dabei, über die wir nicht mehr lachen können, weil wir da einfach raus sind. Also da muss man den Film natürlich auch erstmal richtig einordnen. Dann ist es, wie gesagt, eine Verfilmung, die nicht auf einen der Comics basiert. Das ist auch schon mal gut, weil dann wird der Film nicht mit diesen Comics verglichen. Die Comics hatten auch einen ganz anderen Witz, Humor und Charme. Das ist klar, die Zeichentrickverfilmungen, die waren noch die besseren. Und wer mit den Realverfilmungen bisher nicht warm geworden ist, der wird auch kaum hier mit Asterix und Obelix im Reich der Mitte seinen Spaß haben. Das ist natürlich auch klar. Dass wir hier nicht die allerausgeklügelste Story haben, das ist klar. Ja, die Geschichte verläuft auch strikt nach Schema F. Da gibt es keine großen Überraschungen. Erwartet aber bei so einem Film auch niemand. Guillaume Canet, der jetzt hier Regie führte und auch Asterix spielt, der macht seine Sache ordentlich. Ja, Asterix hat ja im Verlauf der Realverfilmungen schon des Öfteren den Schauspieler gewechselt. Ich finde ihn solide in seiner Schauspielerei. Also das passt. Gilles Leloche, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, der ist zum ersten Mal hier als Obelix zu sehen. Natürlich, Gérard Depardieu, der hat diese Rolle ausgefüllt mit seinem ganzen Körper, aber auch mit seinem Charme und seinem warmen Herz. Hier Gilles Leloche, der macht es eigentlich auch ganz okay, kommt aber nicht an Gérard Depardieu hier ran. Das ist natürlich klar, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Ich fand das hier recht in Ordnung. Am besten hat mir Vincent Cassel als César gefallen. Der hat hier auch viel Wortwitz auf seiner Seite, wenn er dann auch hier auf Italienisch losflucht. Das ist geil, dann untermalt mit einem italienischen bekannten Popsong. Das macht natürlich Spaß und da sind wir dann auch schon bei der Musik. Es werden immer wieder bekannte Pop-Titel hier eingestreut, die das Geschehen untermalen sollen. Allen voran Lionel Richie's Say You, Say Me. Der wird einen Tick zu oft dann für meinen Geschmack hier auch eingespielt. Aber in manchen Szenen passt es speziell bei diesen romantischen Szenen. Unser Asterix verliebt sich ja hier ein bisschen. Unser Obelix verliebt sich hier ein bisschen. Und dann kommt immer dieser Song. Dann kann man diesen Song dann immer hören und der passt mal und manchmal weniger gut. Und manchmal ist es auch ein bisschen zu viel. Aber so im Allgemeinen geht das Ganze schon klar. Natürlich gibt es auch wieder ein paar Namen hier, die eben dieses typische aus den Asterix Comics auch haben. Wir haben einen Remix. Wir haben einen Dancing Queen. Das erinnert stark an Dancing Queen von ABBA hier. Und weitere Namen. Dann haben wir noch den Antivirus. Ja, das ist natürlich auch ganz witzig gespielt von Zlatan Ibrahimović. Und ich dachte mir, das wird bestimmt katastrophal. Und zum Fremdschämen ist es aber gar nicht gewesen. Also wie er hier in den Film reinkommt mit Feuer voll im Kampf und so. Das spiegelt auch natürlich die ein oder andere Schlacht auf dem Fußballfeld wieder. Speziell zum Schluss hin, als es dann an die große Schlacht geht. Da veräppelt er sich auch ein bisschen selbst. Das gefällt mir, zeigt hier Selbstironie. Ist jetzt natürlich kein Mega-Schauspieler, aber er hat hier auch nicht die größte Screentime. Er ist nur ganz wenig zu sehen. Und das, was er gemacht hat, wurde ihm auf dem Leib geschrieben. Und das kann er. Und das fand ich dann durchaus auch witzig. Dann haben wir natürlich jetzt die angesprochenen Liebesszenen. Da, wie gesagt, untermalt von Lionel Richie. Speziell Obelix. Der bundelt dann hier ein bisschen mit der Beschützerin von der Prinzessin an. Die stehen da auch ein bisschen auf einem Boot dann. Und er erinnert sich auch ein bisschen an Titanic. Ja, die eine oder andere Anspielung hat mir hier gut gefallen. Ich habe den Humor angesprochen vom Cäsar, der sehr viel Wortwitz hat. Da zündelt natürlich auch nicht alles. Und wie eingangs schon erwähnt, sind manche Sachen dabei. Da kannst du mit den Augen rollen. Aber wenn ich jetzt dann wieder höre, oh, da sind schon wieder irgendwelche sexistischen und rassistischen Witze dabei, dann kannst du dir einfach nur noch an den Kopf langen. Und schaut man mal auf bestimmte Bewertungen im Internet, wie diese Leute den Film hier bewertet haben. Und dann von ideologietriefenden Filmen, wie die dann von denen bewertet wurden, dann weißt du schon, aus welcher Richtung das Ganze kommt. Und dann weißt du, das auch direkt richtig einzuordnen. Wir haben ein Situationskomik hier, die war in Ordnung. Wir haben den typischen Hau-drauf-Humor. Ja, der ist für meinen Geschmack auch niemals zu drüber gewesen oder zu Slapstick-haft. Also da haben wir auch schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Das war noch definitiv im Rahmen. Und dann haben wir dann immer wieder auch ein paar CGI-Effekte, speziell bei den Kloppereien, wenn hier es wieder etwas auf die Mütze gibt und die Römer dann in die Luft fliegen. Das sieht alles in Ordnung aus. Hat man auch schon wesentlich schlechter gesehen. Die Kulissen, die sind absolut großartig. Der Film hat jetzt 60 Millionen gekostet, wobei manche sagen, 30 Millionen gingen allein schon für Zlatan Ibrahimovic drauf. Das kann natürlich sein. Spaß. Aber optisch sieht der Film absolut großartig aus. Und mir hat auch der Mix gefallen zwischen Action-Einlagen, zwischen Dialogen. Okay, die waren mal etwas zu lang. Dann gab es wieder ein paar romantische Szenen, dann wieder ein paar humorvolle Szenen. Das war bei der Lauflänge von noch unter 2 Stunden 111 Minuten eigentlich völlig in Ordnung. Und der Film war für meinen Geschmack auch zu keiner Zeit irgendwie zu lange. Das hat man definitiv auch schon anders gesehen. Also er hat unterhalten. Es ist kein Meisterwerk. Das war auch zu erwarten. Aber er macht auch für Erwachsene durchaus Spaß. Und für die Kleinen, für die Zielgruppe, für die dieser Film gemacht ist, ist es auch ein sehr spaßiger, unterhaltsamer Film, kommt aber zu keinster Zeit an die Genialität und den Witz und den Humor eben der Comics oder der Zeichentrickfilme ran. Das ist definitiv klar. Für das Heimkino wird der Film auf DVD, auf Blu-ray und auch in 4K veröffentlicht. Die 4K-Scheibe kommt inklusive Dolby Vision und Dolby Atmos daher. Und ich muss sagen, das Bild der 4K-Scheibe ist einfach nur fantastisch. Wir haben eine perfekte Schärfe. Egal, ob es jetzt hier um die Gesichtszüge geht, dass wir alle Poren erkennen können, jede Falte erkennen können. Wir können jede Textur an den Wänden erkennen hier auch. Oder eben auf der Kleidung. Das sieht alles fantastisch aus. Auch eben diese Kulissen, die dann recht farbenfroh daherkommen. Wir haben satte Farben. Wir haben ein sattes Grün. Und speziell das Rot sticht hier immer wieder raus bei der Kleidung. Egal, ob das jetzt mal eine Hose ist oder eine Weste ist oder ob das ein Umhang vom Cäsar ist. Also das Rot hier dominiert in dem Film, sticht heraus zwischen den Farben, aber auch das Gold bei Cäsar. Das sieht fantastisch aus. Auch so eine goldene Kulisse, die wir mal kurzzeitig hatten, wo Cleopatra dann auftritt. Das sah ebenfalls fantastisch aus. Auch hier die Details einfach nur großartig. Genauso verhält es sich auch mit dem Schwarzwert. Wir haben einen perfekten Schwarzwert. Es gibt nicht allzu viele Szenen im Dunkeln oder in der Nacht oder bei schummrigem Licht. Aber dann hat man hier auch so eine grandiose Stimmung. Das hat mir richtig gut gefallen. Und auch da kann man noch alles schön erkennen. Und speziell bei den Haaren von den Chinesen, zum Beispiel die Kaiserin oder die Prinzessin oder aber auch ihre Beschützerin. Die haben ja richtig schönes Pech, schwarzes Haar. Und du kannst da jede einzelne Strähne da mit erzählen. Also der Schwarzwert. Und allgemein das Bild hier von der Schärfe, von der Sättigung her, von den Farben her, vom Kontrast her, absolut auf Top-Niveau. Nicht ganz so verhält es sich für meinen Geschmack mit dem Ton. Der ist ein bisschen lasch für meinen Geschmack. Der hätte es durchaus mehr Bass vertragen. Die Stimmen sind allerdings immer klar verständlich und geht es dann in die Kämpfe rein. Dann haben wir dann auch ein bisschen was von unserem Dolby Atmos. Ansonsten ist etwas wenig los hier. Wie gesagt, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass jetzt so ein Film nicht gar so brachial daherkommt wie ein Science-Fiction-Film. Das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, speziell in den Kampf-Szenen oder so hätte es da ein bisschen mehr Wumms getan. Alles in allem kann man mit dem Ton ab. Aber wie gesagt, ja, geht der Ton in Ordnung. Aber da wäre durchaus mehr drin gewesen. Und da überzeugt der Film dann im Heimkino vor allem mit seiner Optik und dem grandiosen Bild. Als Extras gibt es dann hier noch ein Making-of, ein paar Interviews und ein Musikvideo. Und die runden dann das Sehvergnügen im Heimkino ab. Also, meine lieben Filmfreunde, wie gesagt, der Film richtet sich klar an die jüngere Zielgruppe. Aber auch Ältere können hier durchaus ihren Spaß haben und gut unterhalten werden. Spaß und Humor ist sowieso immer subjektiv. Also das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Man muss natürlich klar differenzieren zwischen den Comics, zwischen den Zeichentrickfilmen und den Realverfilmungen. Sollte man da vorher keine große Freude daran gehabt haben, dann wird man hier mit Asterix und Obelix im Reich der Mitte auch leider nur wenig Spaß haben. Aber wie immer heißt es, bildet euch selbst eure Meinung. Und das könnt ihr jetzt im Heimkino tun. Asterix und Obelix habt sofort verfügbar. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine lieben Filmfreunde. Auf bald und Servus. Aesterix und Inhalte Aester Mask Aester Musik Vielen Dank.